Ja, was meint ihr, wie bewegend ich das finde? Ein Moment mal, Sekunde, ja? Also, wenn ihr tot seid, dann kriege ich nicht das Baby? Amy, sie stehen uns doch sehr viel näher, das musst du einsehen. Wir sehen die beiden täglich und du hast doch an sich gar kein richtiges Verhältnis zu dem Baby. Kein Verhältnis? Ich meine, wozu denn? Sie ist doch nur ein kleiner Brocken. Also, ich muss sagen, dass mir das wirklich sehr viel bedeutet. Hört mal, ihr vertraut mir euer Kind an. Ich meine, ihr wisst, dass Monika und ich, wir beide ja selbst versuchen, ein Baby zu kriegen. Und ich habe meine Zweifel über meine Fähigkeiten als Vater, aber... Dass ihr zwei... Dass ihr wirklich... Wer kriegt es? Ist das euer Ernst? Wie ist das? Neu von Nivea für lockiges Haar. Optimale Pflege... ...und perfekte Sprungkraft. Und was machst du mit deinen Haaren? Alle um den Finger wickeln. Die neue Locken-Serie von Nivea. Optimale Pflege und perfekte Sprungkraft. Wissen Sie, wie günstig telefonieren sein kann? Dienstagabend um 8. Ein Ferngespräch von Stuttgart nach Köln kostet mit Tele 2 1,60 Cent die Minute. Wenn man den T-Net-Standard-Tarif der Telekom hat, 6,1 Cent. Rechnen Sie mal mit, wer hat am Monatsende wohl mehr Geld für Windeln übrig? Tele 2. Einfach 01013 vorwählen und billig telefonieren. Boss Bottled. Fragrance for men. Ich liebe es, wenn man sieht und erkennt. Oft liegt das Glück doch näher, als man denkt. Ich liebe es, wenn das Glück mir treu ist. Denn ich muss zugeben, dass das für mich Neue ist. Jetzt bei McDonalds. Monopoly. Mitmachen, abziehen, gewinnen. Mit einer Chance von 1 zu 4. Ein Traumhaus von Haas. 5 Opel Speedster Turbo, 20 Opel Meriva und Millionen von sofort gewinnen. Monopoly. Jetzt bei McDonalds. McDonalds. Ich liebe es. Jetzt der leckere Monopoly-Mac. Nur bei McDonalds. Ich liebe es. Lust auf ein exotisches Abenteuer? Mit der neuen Fulfusion-Serie von Herbal Essences. Die natürlichen Extrakte tropischer Früchte und ihr unwiderstehlicher Duft verführen sie an einen exotischen Ort, an dem sie pure Lust erleben. Ich glaube, wir essen die falschen Früchte. Herbal Essences Fruit Fusions. Pure Lust erleben. Ja. Robbie Williams. Live. Das Konzert des Jahres. Endlich auf CD. Ich brauche heute mal was Neues. Aber nicht nur für mich, sondern auch für Stefan, Tobias, Axel und John. Jetzt bei Karstadt. Levi's Jeans für Damen und Herren, Wrangler und Lee Jeans für Herren je nur 35,95. Besser Karstadt. Entschuldigung, wo geht's zur Oper? Also, ähm, erst gehen sie nach links, dann nach rechts, dann kommt ein Platz und dann gleich. Man sieht, dass sie ihre Slip-Einlage nicht spürt. Es ist die neue All Days Ultra Light. Die dünnste All Days aller Zeiten. Die neue All Days Ultra Light. Das gewisse Extra. Auch als Ultra Light Fresh. Mit leichten Frischeduft. Natürlich bei Douglas. Douglas, come in and find out. Ein kurzes Rätsel. Wer liegt 48 Stunden auf dem Sofa, grinst über beide Backen und redet, was das Zeug hält? Na? Sie natürlich. Und zwar an jedem Wochenende ab Oktober. Denn da telefonieren sie für 0 Cent, solange sie wollen. Das ganze Wochenende und an Feiertagen mit dem neuen XXL-Tarif von T-Com, der diese Woche startet. Also, jetzt schon anmelden. Infos unter www.tcom.de Tja, so viel Chicken gab's noch nie. Die große Chicken-Offensive bei Burger King. Auch Highlights von der Modenschau wäscht man zu Hause besser schlau. Späh für Feinwäsche ist da. Es pflegt Farbiges und Feines zu einem Preis, der wirklich klein ist. Neu, Späh-Feinwäsche. Die schlaue Art zu waschen. Qualität von Henkel. Ein ruhiger Tag. Köstliche Harmonie. Was gibt's Schöneres? Wow, schulfrei! Klasse, endlich könnt ihr dein Zimmer aufräumen. Oh nein! Melitta Harmonie. Naturmild, harmonisch, entspannt. Melitta macht Kaffee zum Genuss. Internetnutzerprogramm. Browser. Und monatliche Wohngebühr? Mit fünf Buchstaben? Die einzige Altersvorsorge, mit der Sie schon heute das Wort Miete vergessen können. LBS. Die Bausparkasse der Sparkassen. Yeah. Woohoo! Na, Lust auf ein Spielchen? Dann auf zum Planeten mit der geilsten Auswahl an Games. Warhammer 40.000 Fire Warrior. Nur 44 Euro. Saturn. Geist ist geil! Ohne Life kann das Leben echt frustrierend sein. Aber das neue Life bringt's. Jetzt 30% intensiver und länger haltbar. Das neue Life verändert mehr als nur die Haarfarbe. Mehr Farbe. Mehr Leben. Das neue Life. Von Schwarzkopf. Professional Haircare for you. Für strahlend saubere Wäsche gibt's das Waschmittel von Meister Propper. Propper sauber. Propper günstig. Milchschnitte mit wertvollen Zutaten und viel frischer Vollmilch gemacht. Schmeckt leicht und man bleibt gut drauf. Der neue Fiat Panda. Nenn mich bloß nicht Baby. Machtkämpfe. Ich hasse Robert Kershaw. Wie geht's, Kumpel? Ich hasse einfach jeden, der irgendwas mit ihm zu tun hat. Um die Gunst von JD. Du ekelhafter kleiner Schleimer. Scrubs. Die Anfänger. Gleich. Pro 7. Ein Schüler verschwindet. Der Junge ist noch am Leben. Welche Rolle spielt der Rektor? Ich will nicht, dass er mit einer Vorstrafe und einem Klaps auf die Finger davon kommt. Sonst läuft langsam die Zeit davon. Dieses Schwein weiß, wo er ist. Ich kann's aus ihm rauskriegen. Die neue Serie Without a Trace. Morgen, 21.15 Uhr. Pro 7. Job. Geld. Geliebte. Hi. Manchmal muss man schon das Gedächtnis verlieren. Er ist quasi auf dem Stand eines 16. Ich bin genauso alt wie mein eigener Vater. Um sich zu erinnern. Das sind deine Kinder. Wow. Worauf es wirklich ankommt im Leben. Helmi? Und ich bin ein Arschloch. Plötzlich wieder 16. Die Deutschlandpremiere. Donnerstag, 20.15 Uhr. Pro 7. Das müssen Sie sehen. Mit Radeberger. Oh hallo. Na, wie geht's denn so? Jetzt geht's weiter bei Friends. Mit Baileys. So, Leute, das Essen ist fertig. Und hört mal her. Das Porzellan, das wir benutzen, ist wirklich unglaublich kostbar. Und darum bitte ich euch von Herzen, seid ganz vorsichtig. Oh. Seht ihr, das meinte ich. Also, Comedy-Nummern sind mit meinem Porzellan nicht gern gesehen. Wow. Hey. Hör mal, Monika, mein Teller ist ja gar nicht so fein wie die anderen. Eine Frage. Vertraust du mir etwa dein Porzellan nicht an? Doch, Joey. Dieser Teller ist was Besonderes. Naja, das ist so ein kleines Spiel. Wer den bekommt, hat gewonnen. Hm. Ich hab also gewonnen. Bis zum nächsten Mal. Ja.